Hallo und guten Abend Oh fuck ist das nicht genau da bewegt wir sind wieder dabei Centro geht out of hell und machen jetzt eine Mission wenn man es glaubt oder nicht so sieht das aus da fällt wieder an seinem komischen Stuhl um Ich bin gut mit einem komischen Stuhl nämlich nicht hoch Meinst du? Ja Meinst du wirklich? Ja Meinst du allen Ernstes? Ja Ja ist okay jetzt Oh fuck Jetzt spiel ich bis zum bitteren Ende treiben Oh Willst du das Spiel bis zum bitteren Ende spielen? Ja Dann muss ich jetzt aber erst noch Munition holen Komm mach Wollower Mitternutzt Wollower Ich muss das mal ausnutzen und genießen wollower Weyer Weyer Und bei Was der welt Soll ich mir wegen der Munition holen Teil der Regel Heim Und wenn wir das jetzt machen wollen dann haben wir alle neue Next auf Dr. H McDonald Lüben gehst du hin ich will ja hoch ich kann auch keine Munition holen ich will erst wissen was das hier ist na 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 hier hoch Kinsey du blöde na 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 komm jetzt bring die Bacons hier hoch wieso rutscht die da jetzt immer ab ist hier oben Ende oder was ja natürlich ob eine bestimmte Höhe das Ende toll so dann kaufe ich mir mal noch funktioniert das etwa upgrades Waffen oh ja oh ja oh ja oh ho 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 oh ho 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 ich glaube ich habe gerade was rausgefunden wie du was geht äh ja Kinsey aber du kannst ja du musst den Satz auch zu Ende bringen auch das machen was ich will warte ausprobieren 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 warte ausprobieren 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 geil so komm bis unten ja nimm mal eine andere drücke ich tappen dann können wir loslegen alles klar Annette ja Freunde wir sind in einer langen Aufnahmezeit Aufnahmezeit Aufnahme genau mein Deutsch ist wieder nicht so gut eine lange Aufnahme Session seit dreieinhalb Stunden und so langsam komme ich echt gut rein ins Fliegen kommst du in den Flow ja guten Tag wo sind denn die ach da oben wir noch die Treppe hochlaufen nein nein nicht in das viel Galileo Mystery Musik ja einmal nach Dalla zwei das ist auch gut so mal gucken Wanderlismus was machst du da hier oben ist noch ein Turm drauf lass ihn mal weg machen Glühle ist in der Nähe na oder so wo soll er denn sein ich mache ihn schon weg das ist geiles wow und weg so jetzt können wir weitermachen hier gibt dich zum Start das Wanderlismus oh Gott ganz ruhig Tom zu mir sagen mit dir bin ich geredet Wanderlismus ganz in das Bild geschoben ach du scheiße Panzer wie geil was ist denn ach du oh Panzer von hinten auch wieder so geile Musik echt ich hab ja fast gar keine Musik die ist sehr leise ja denn denn Prozent Prozent wieso bin ich denn hier an und so und so der Abschied gut schlicks Google Google gut fachs aber es wird hier auf mich schießen würde was kann man ist hinter dir ja wie soll ich dann wenn du hinter sich brenne ja kann es mal sehen kaputt wie das denn geschafft wir haben aber wie das denn so kann es laufen ja aber was hat uns dabei fast gleichzeitig kaputt gemacht egal geschafft ist geschafft ist geschafft ich glaube das war das schnellste spiel m etwa er war soll die immer copyright probleme haben wir das sagen die fähigte kaputt sind wenn ein treffer von der gma rd kommen sagt was wir machen sollen sehen blast altars sind das ein da da schmerz da aus das würde noch so zehn monate mit dem hoch ist das egal ist das sieht ja mal geil aus meinst du aktiviere den altar mit folgender kraft aber mal gucken mhm wie sollte es auch anders sein wo kommen die nur wieder alle her was war blast 1 oder also ja cool cool was machen die denn kommen laut auf ja so einfach immer nur abschießen das geht ja wer schießt mich ja auch hier seid ja ganz viele hier seid ja ganz viele hier unglaublich leben sammeln wir aufräumen hier allerdings hat die hüste können verschluckt ihr ein bisschen leben ich habe nicht mehr viel munition zum altar zurück ich auch unverfügbar element seelen 100 prozent übernahme innenstadt was war das bei dir nicht doch auch nein höllenflug das ist wieder chaos lauf ja toll wo du dann wieder am ende kommst absolute frechheit ist ja hier unten seelen schwarm so schnell kann das gehen zu können gehen ja erst zehn minuten von neuen 7 50 sekunden drei zwei 1 das funktioniert großartig ich bin stark verkackt so akum schon das ziel die die nach oben haus hochlaufen hier Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Tja, wie soll ich denn? Ja, du bist doch auch noch nicht da gewesen. Ja, sicher. Nein. Dann bin ich schon wieder auf dem Weg nach unten. Du hast trotzdem noch nicht getroffen. Wollang denn? Ja, wollang denn? Du hast es immer noch nicht getroffen. Na, da nicht. Na, jetzt dahin. Na, das wird bestimmt gold. Auf jeden Fall. Jetzt geht es weiter. Das schaffen wir sowieso nicht. Äh, wo bin ich hier gerade? Ah, da. So weiter. Ja, das schaffen wir sowieso nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Da, da. Da bin ich, ich habe es aber noch gescheitert. Erneut versuchen, dass es mal das war gescheitert steht. Ja, ja, ja. Verkack mal den Start bitte nicht. Ja, ja, ja. Stimmt's mir zu, ne? Lecker, lecker. Weil wir haben ja ein Video eben gesehen. Ach ja, es gibt schon Menschen. Lecker, 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 lecker. Du kannst das voll gut. Lecker, lecker. So, jetzt hier, komm. Das geht ja alles noch. Äh, noch. Auch wenn du mir jetzt hier wieder alles wegnimmst. Mir auch egal. Mir auch egal. Mir auch nach oben. Nein, jetzt bin ich wieder am Haus. Ach, das wollte ich doch nicht. Ich habe das Gefühl, so ist das nicht gedacht. Schafft man wieder nicht. Doch, du hast es geschafft. What? Du bist nur von Oberpro-Skill. Ja. Du führst. Hä? Ich hab. So kann das hier aber nicht weitergehen. Oh, 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 oh. Hey, je, Mine. Äh. Noch 20 Sekunden. Silber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Hoch. Das wird nix. Dann wird auch wieder nix. Tja, leider nur 13 von 15. Tja, wie soll das denn? Okay, als erstes etwas schwieriger. Wenn wir das Ganze doch nochmal. Ey, das funktioniert doch. Ey, das fängt schon wieder genauso an wie in Sans Road 2. Wieso falle ich jetzt hier runter? Wieso stehe ich hier komplett verkehrt in der... So bin ich jetzt auf dem Boden. Die Kameraeinstellung ist total verkehrt hier. Okay. Ja, danke, du hast mich umgerahmt. Ja, gerne doch. Okay, noch 26 Sekunden, hätten wir eben nur 26, äh, 27. Sieht ganz gut aus. Oh Gott. Links. Hoch. Oh, oh, oh. Ich verliere einen Schwung. Komm da hoch, ja. Oh, ich hab das Ziel. Komm, mach, 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 mach. Ja. Ich mal wieder. Ausnahmsweise. Mein Gott, ey. Guck mal, war das auf 100 Prozent. Wie viel fehlt jetzt zu Gold? Oh, guck dir das an. 9 Sekunden. Wie soll man das denn bitte schaffen? Wenn man am Anfang vielleicht direkt mal einen besseren Ausgangspunkt hat, dann könnte man das wahrscheinlich auch schaffen. Ja, das stimmt wohl. Nicht so ein Kack da jedes Mal. So, jetzt müssen wir erstmal wieder shoppen gehen. Ja, das stimmt. So. Machen wir mal den schönen. Ab Graz. Ab dem. Oh, 79. Krämer, keine neue Mission hier. Krieg wir tatsächlich nicht. Danke. Na doch, Start des Überlebens. Hast du das auch? Mhm. Du bist doch auch gar nicht im Spiel drin, lügen mich doch nicht an. Um herr, irrende Seelen lassen. Wie müssen jetzt Löhne fallen, wenn sie eliminiert werden? Oh, guck an. Gesundheit, Fähigkeiten, Ausdauer, Erhöhung. So. Das vereinte Volk erhöht die Anzahl der umherirrenden Seelen, die in deinem Namen kämpfen. Erhalte mehr Zeit bei Aktivitäten, hast du das auch? Hm? Erhalte mehr Zeit bei Aktivitäten. Ja, das kostet ein bisschen, oder? Na, 10.000. Ach so, wo war das? Äh, Upgrades, Fähigkeiten. Fähigkeiten, okay. Ja, hab ich jetzt auch. Okay. 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 Ah, irgendwie sowas Kleines wäre ja nicht schlecht, wo man hier ein bisschen... Also. So, AK. Wie viel haben wir hier? Oh, 49. Oh ja, 57. Direkt mal alle Kurven hier. So, also bei Flug... Wie, neue? Immer noch? Also bei Flug habe ich jetzt... Ne, da habe ich noch. Boah, Flugschlag... Kannst du denn endlich... Kannst du denn inzwischen den Stil ändern? Ah, ah. Das ist aber auch nicht mehr, wie ich das freigeschuldet habe. Okay, ich habe nichts mehr. Dann soll ich jetzt auch nicht mehr. Nur noch vier. So. Hast du überleben? No, ja. Äh, was sagt die Zeit? Ja, das könnten wir noch machen. Ja, dann mach mal. Ja, wieso geht das jetzt nicht mehr? Oh, hoppla. Wow. Das geht nicht mehr. Geht was? Ich habe doch die... Nein! Nein, das überleben geht nicht mehr. Hallo? Ah, jetzt. Ha! Bestätige Start mit der Bambusplay. Was? Hä? Wieso kommt das immer doppelt? Ich habe keine Rang. Nein, ich habe keine Munition mehr. Ich muss doch mal irgendein anderes nehmen außer deinem komischen Stuhl. Der ist aber so cool und so gemütlich. Ach, komm jetzt. Ich habe keine Rang. Ich habe keine Rang. Ich habe keine Rang. Ich habe keine Rang. Ich habe keine Rang zu folgen. Der zum... Nicht auf mich! Dann sei lieb zu mir. Bin ich immer. Von oben. Oh, ich bin hier in Lava gesprungen. Tööö. Da haben wir aber eine ganze Menge gerade. Kann das sein? Huch. Wir stehen aber da alle schön. Wir sind sich eigentlich nicht mal eine Sniper, meine Geile. So, du wartet. Ne. Welte 3 von 3. 11. 11 von 20. Ein bisschen noch. Ach, von oben wieder. Ihr miesen Arschlücker. Oh, die Dinger. Die hasse ich. Wie die Pest. Och, jetzt bin ich schon wieder in Lava. Och, Calvin. Also, das Rote ist die Lava, ne? Da sollte man nicht rein. Das Rote ist die Lava. Bin sie voll tot. Leben, 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 leben. Fuck. Noch mehr. Na, geht doch. Geschafft. So, jetzt müsste wahrscheinlich wieder noch einmal kommen. Geht's für den Zwilling? Ja, wahrscheinlich. Oh, nee. Noch mal Verteilerbereich. Okay, das ging aber schnell. Das ist schon der Dritte. Geht voll gerne. Oh, vier, diesmal. Halt mir die mal alle hier von der Backe. Ich versuch's. Wie sagt, du sollst mir die von der Backe halten. Ja, du machst mich kaputt. Ja, wie denn? Weiß ich auch nicht. Hier ist einer. Mal, hau ab, Mann. Ach so, der hat mich abgeschossen. Äh, gelb. Ein bisschen viele. Ich hab keine richtige Waffe mehr. Mann, also müssen wir selber machen. Nutzer mal deine Superkraft. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Jetzt mach das Ding da. So. Sehr gut. Jetzt beschützt du mich. Äh, nein, geht nicht. Ich brauch ein bisschen Leben. Ach so, nein, geht nicht. Ja, ich brauch ein bisschen Leben. Bin auch sofort tot. Aber, dieses ist ein Nachladen. Das ist so zu Mäuse melken. Okay, ich hab ein zweites. Ja, komm mal hier bei mir. Bin ja grad ein bisschen im Bedrängnis. Bin dabei. Ich mach. Ach, fuck. Ach, fuck. Die schießen auf mich. Ja, hab ich. Nächster. Geht sofort tot. Ey, ist ja noch mehr los. Hilfe. Bin tot. Äh, wieso steht ihr denn hier? Ich mach das einfach ganz schnell. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, wo ist denn? Ich hab mir. Alles gut. Geschafft. Ja, jetzt kommt der Töte den Archduke. Super. Wo ist der denn? Ich brauch ein Leben. Vor allem, wo ist der? Unten, logischerweise. Ja, aber wo da? Ich will den nicht. Ja, wenn wir unten sind, kommt der wahrscheinlich hier hin. Oh ja. Funktioniert ja großartig. Tolles Spiel. Toll. Wo ist der? Der kann doch hier noch irgendwo sein. Tolles Spiel. Ne? Ganz grandios. Also hier oben ist er auch nirgendwo. Tja. Keine Ahnung. Ja, und du? Tja, und du, nur, keine Ahnung. Dann würde ich vorschlagen, wir beenden hier den Teil. Ach, das kann doch nicht sein, schon wieder hier. Und versuchen das dann bei einer nächsten Aufnahmesession. Denn das war's für heute. Tja, mal wieder. Mal wieder unverrichtete Dinge. Also man hat hier echt wieder oft das Gefühl, dass die Entwickler einfach nur schnell ein Spiel rausbringen wollten. Da oben braut sich irgendwas zu sagen. Ach nee, das ist... Das ist ein Gewitter. Wo? Gewitter? Lass mal stehen. Ist denn viel passi... Ey, wer... Bist du das? Nein. Lass mal stehen. Bleib mal stehen. Nein. Ey, so kann ich nicht schießen, das ist unfair. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Warte, ich bin jetzt außerhalb des... So, hier. Komm hier drauf. Warte, warte, warte. 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 Nee, doch nicht. Schade. Komm hier hoch zu mir. Jetzt steht die Tusse sich schon wieder so blöd an. Ja, es kann ein Weilchen dauern. Ich hab Zeit. Ja. Oh, du warst braun. Hallo. Du hast mich getroffen. Ach nee, schon wieder. Warte, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Ach, das schaff das. Oh, auch wieder. Ach, man leckt mich. Das ist das Problem ist, man rennt hier hoch und die blöde Kuh macht direkt ihren Flügelschlag. Ja, du warst doch schon wieder drauf. Ist mir jetzt scheißegal. Nein, du kommst hier drauf. Du verlässt den Verteilerbereich. Ja, genau, lass nochmal rausgehen, vielleicht geht's dann. Da unten wurde gerade auf uns geschossen. Bleib mal draußen, bleib mal draußen. Ist weg? Ja, ne? Also bei mir, das zeigt ja nichts mehr an. Dann nimm die Aufgabe nochmal an. Ach nee, Moment, hä? Steige in den Panzerwagen ein. Oh, jetzt haben wir eine andere Mission gemacht. Freunde, wir beenden das hier besser, sonst artet das hier aus. Warte mal. Was passiert denn, wenn ich... Wie soll ich denn hier einsteigen? Oh, das geht nicht. Nö, tritt den einfach mal weg. Soll ich den noch weiter zerstören? Tja, gehört aber irgendwie... Nicht damit hinzu. Tja. Begib dich zum Start des... Ja, komm, nochmal. Geh nochmal, nochmal, nochmal. Das hatte ich aber eben auch. Außerdem ist mein Leben fast hin. Da meins leider auch. Was jetzt wieder von... Ne, wieder den Archduke töten, aber der ist immer noch nicht da. Ja, wir fangen jetzt wieder von vorne an. Nein, wieso? Na, sehr. Wir müssen jetzt wieder alle vier machen. Bei mir steht Töte den Archduke. Nein. Bei mir sind jetzt hier überall Gegner. Verlassen wir das lieber hier. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und ciao. A.U. NRW über 18. Adieu. a.U. Prats Prats A.U.